Die Vorweihnachtszeit in Rathstadt ist voll von echter Romantik und weihnachtlicher Vorfreude. Der Weihnachtsmarkt stimmt die Besucher auf die besinnliche Zeit ein. Heimisches Handwerk und typische Adventprodukte werden angeboten. Sehenswert ist auch der alljährliche Krampuslauf mit zahlreichen Passen aus dem ganzen Land. Am Krippenweg rund um die alte Stadtmauer sind zahlreiche handgefertigte Krippen ausgestellt. Ein besonderes stimmungsvolles Erlebnis ist die Weihnachtswanderung. Start der Wanderung ist bei der Schweigerkapelle. Von dort führt der Weg hinauf zur Loretto-Kirche, wobei die Besucher von weißen Bläserklängen begleitet werden. In der Loretto-Kirche lädt Orgelmusik und weihnachtlicher Chorgesang zu einer Reise nach innen ein. Gespannt hören Kinder den Geschichten eines Märchenerzählers zu. Der Weg führt dann am längsten Adventkalender Europas vorbei, sowie an zahlreichen weiteren Attraktionen bis zum Weihnachtsmarkt am Stadtplatz mit lebender Krippe. Radstadt – überraschend vielfältig. Gassen Schichten des G stepfors Bad reducedment wird überraschend vielfältig. Durchgacht Vielen Dank.